Das kriegt er auch an die Wutig, oder wie? Ne, ausdrücken lassen. Ne, Karl? Ausdrücken. Obwohl, wir haben nächste Woche E-Termin. Weil wir alle die Tests mit ihm machen wollen. Ja. Wie können die das auch machen? Na, Koko, ist das Fick so ein Großer? Ja, so ein Großer. Der Große ist da, he?